Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ich habe ein neues VoiceOver für euch und diesmal geht es um die Shipshape Episode zur Entwicklung der Hornet. Ja, die Hornet hat eine lange Reise hinter sich. Es gibt wohl kaum ein Schiff, das ikonischer für Star Citizen und die Crowdfunding-Kampagne steht, als die Anvil Hornet. Sie ist ursprünglich designt worden oder die Idee kam nach der F-36 Hornet aus Wing Commander. Tatsächlich war sie das erste Schiff in der Star Citizen Entwicklung, also das erste Schiff, was Chris Roberts haben wollte. Er hatte eigentlich designt als leichter Jäger und ursprünglich auch erst dafür gemacht, dass er wirklich sein Gameplay testen konnte. Das heißt, hier ging es um ein Schiff, das ein Testschiff war für das Flugmodell, für den Look von Star Citizen und für die ersten Kampagnen-Trailer. Er hatte sich nicht nur dabei an der Wing Commander Hornet, der F-36 orientiert, sondern auch an militärischen Vorbildern. Die haben auch schon damals bei Wing Commander geholfen, so zum Beispiel die originale F-18 Hornet, die es heutzutage auch noch gibt, oder eben die Hornet aus dem Zweiten Weltkrieg. Dabei war, wie gesagt, die erste Idee, dass es sich hier bei der Hornet um einen leichten Jäger handelt. Als er aber das Design dann an seinen Designer weitergab und gesagt hat, er möchte hier ein Schiff haben, das seinen ersten Spezifikationen entspricht, kam ein anderer Fighter hier heraus und zwar tatsächlich ein ziemlich schwer bewaffneter, relativ hart gepanzerter Fighter, der im Grunde genommen deutlich mehr in die Richtung Medium oder Heavy Fighter ging. Aber Chris Roberts war so beeindruckt und so begeistert von dem Design, dass er sagte, gut, dann machen wir jetzt hier keinen leichten Jäger daraus, sondern wir machen den neuen Standard Fighter der UEE. Also den neuen Standard Fighter, den die UEE Navy benutzt und auf ihren Schiffen stationiert. Tatsächlich gab es dazu dann auch eine ganze Weiterentwicklung. Das heißt, hier wurde dann von einem einfachen Konzept weitergeguckt, dass tatsächlich dieses Schiff immer ein bisschen weiterentwickelt wird, noch mehr ins Detail geht. Und hier sollte vor allem der erste Eindruck von Star Citizen entstehen. Das heißt, es sollte darauf gemacht sein, dass die Leute schon mal ein ikonisches Design haben, was sie direkt mit dem Spiel verbinden kann. Die Story der Hornet wurde dann von Dave Haddock und Chris Roberts drumherum gesponnen. Hier ging es dann vor allem um die Entwicklung. Das heißt, das Schiff kam laut der Star Citizen Lore im Jahr 2806 auf den Markt, war als Ersatz für die inzwischen für den Militärdienst etwas veraltete Avenger gedacht, die dann auch nach und nach von der Hornet ersetzt wurde. Und tatsächlich waren die Leute bei der Navy, bei der UEE so begeistert von dem neuen Design, dass die Avenger von da an nur noch für die Advocacy eingesetzt wurde und dort auch heute noch im Dienst ist. Ja, von den ersten Designs der Hornet ging es dann darin, den ersten Trailer für Star Citizen an sich zu entwickeln. Das war im Jahr 2012 und dafür gab es genau drei Designs. Das erste war die Hornet, das zweite war der Bangle Carrier und das dritte war die Vendul Scythe. Das heißt, hier ging es um diese drei Designs, die dann von Chris Roberts an ein befreundetes Studio, das er aus früheren Zusammenarbeiten kannte, CG-Bot mit Namen weitergab und daraus wurde dann die Tech-Demo gemacht. Ja, dieser erste Trailer, den ihr vielleicht schon oft gesehen habt, den es wie gesagt zur Crowdfunding-Kampagne dann schon gab, sollte wirklich ein Abbild erstellen von dem, was Chris Roberts sich vorstellt für Star Citizen auf der einen Seite und Squadron 42 auf der anderen Seite. Und von dort aus ging die Arbeit für Chris Roberts selbst weiter. Das heißt, er nahm dann die Hornet, nahm den Bangle Carrier, nahm die Scythe und bastelte sie selbst in die Engine um. Er bastelte selbst daran weiter und arbeitete, weil er zu diesem Zeitpunkt noch kein richtiges Team um sich herum hatte, selber an der Qualität der Arbeit. Wie er selber sagt, ging es ihm da vor allem um den Look. Es ging ihm um das richtige Feel. Es ging ihm darum, dass er erstmal testen wollte an Basis der Hornet, ob das, was er sich insgesamt für das Spiel vorstellt, überhaupt möglich ist. Das heißt, tatsächlich hier keine Kulisse zu haben, mit der man arbeitet, kein, ja, ich sagen wir mal, ein Scheingebilde um den Spieler herum, sondern dass es hier darum gehen sollte, das Cockpit sich anfühlen zu lassen. Das heißt, dass die Spieler die Möglichkeit hätten, später die Knöpfe darin zu drücken, später auch die Bildschirme entsprechend umzustellen und einzustellen. Und das war für ihn das wichtigste Element hier an der gesamten Kampagne. Das heißt, er wollte selber an erster Hand testen, wie kann sich ein Schiff im Cockpit anfühlen, wie kann das Schiff gesteuert werden von den Spielern selbst. Und dafür war die Hornet tatsächlich das erste Schiff, was überhaupt zur Verfügung stand und sein absolutes Beispiel, wie die Schiffe bei Star Citizen aussehen sollten. Weiter ging es dann mit dem ersten visuellen Upgrade und das nach ganzen zwei Jahren. Das heißt, die Hornet war schon zwei Jahre alt, was natürlich im Sinne der Spieleentwicklung schon eine ganz schöne Weile ist, bis dann das erste visuelle Upgrade gemacht wurde. Dabei ging es aber in erster Linie gar nicht so sehr um die Form der Hornet oder eine grundsätzliche technische Veränderung, sondern hier ging es vor allem eher um die Materialien, um die Details, die für diese Hornet nötig waren und die eingesetzt wurden und natürlich auch um die Anbauten und Dinge wie zum Beispiel das Landing Gear oder die Flügel wurden so verändert, dass sie etwas angepasst wurden. Danach kam der Einbau in die Engine und das war eine ziemlich komplexe Geschichte, denn damals gab es noch keine einheitliche Pipeline für die Schiffe. Das heißt, hier mussten Techniker und Designer sehr, sehr eng miteinander zusammenarbeiten, um überhaupt erst mal die Schiffe so ins Spiel zu kriegen, dass sie halbwegs funktionierten. Und hier wird dann berichtet, dass es da eine so starke Prototyparbeit damals noch war, dass es wirklich ein direktes Hin und Her war, immer, jeden Tag. Das heißt, es wurden dann für die Hornet, wurde sie grundsätzlich fertiggestellt, dann wurden die Waffen angebaut. Nachdem man die Waffen hatte, merkte man, das Schiff kann jetzt aber nicht mehr fliegen, weil die Hierarchie in der Engine geändert wurde. Dann haben zwar die Waffen funktioniert und das Schiff hat geflogen, dann hat man die Damage States eingebaut. Das heißt, das Schiff wurde jetzt in Teile zerlegt und dann funktionieren auf einmal die Waffen nicht mehr. Also es war tatsächlich ein ständiges Hin und Her, immer wieder zwischen Techniker, der irgendwas versucht umzusetzen, der Designer, der es wieder anpassen muss, dann wieder das Design zurück an den Techniker und hin und her. Ein ziemlich aufwendiger Prozess, der dann erst mit der Zeit sich verbessert und verändert hat. Nach der Demo, die gebaut wurde 2012 für eben die Crowdfunding-Kampagne, war der nächste große Schritt der Hangar. Hier ging es das erste Mal darum, das Modell in den Close-Up-Look, also in die quasi nahe Betrachtung an den Spieler zu bringen. Das heißt, hier konnten die Spieler sich das Schiff dann genau in seinen Details angucken. Sie konnten das erste Mal einsteigen und schon mal ein Gefühl dafür kriegen, wie es sein wird, in dieses Schiff mal zu steigen und in den Weltraum abzuheben. Uns allen, gerade Beckern, aus dieser Zeit geht es noch so, dass wir immer auf die Hangartore geschaut haben und gehofft haben, ach, wie schön wäre es, wenn sie jetzt aufgehen würden und ich könnte schon mal rausfliegen. Das nächste war dann auch das Commercial und hier war auch ein weiterer Testlauf, nicht nur für die Hornet an sich, sondern insbesondere auch für die Cinematics, die auch benutzt wurden, um zum Beispiel eine Umsetzung in Squadron 42 zu erreichen. Von den Cinematics ging es dann in die Entwicklung der Varianten. Das Team um Chris Roberts kam darauf, dass es sehr, sehr spannend wäre, wenn man doch nicht nur eine Art von Hornet hätte, sondern verschiedene Arten für verschiedene Zwecke, Umbauten und die Hornet so auch an verschiedene Kampfsituationen anzugleichen. Dadurch wurde die Tracker Hornet entwickelt, die Ghost Hornet wurde entwickelt und in letzter Konsequenz wurde auch die Super Hornet entwickelt. Diese übrigens in dann tatsächlich dem Vergleich, direkten Vergleich zur F-18 Super Hornet, die es ja heutzutage gibt, ebenfalls ein Zweisitzer, wo dann schon das erste kleine Multi-Crew-Element reinkommt, sodass der hintere Gunner, der tatsächlich im hinteren Sitz sitzt, dann eben die Möglichkeit hätte, den Turret zu steuern oder auch entsprechend später Raketen aufzuschalten, die Scanner zu bedienen und so weiter. Damit wurde die Hornet also quasi in die nächste Welle gezogen, das heißt in das nächste Gameplay-Feature, das Multi-Crew-Feature eingebaut und die nächste Überarbeitung, die dann wiederum stattfand, war das sogenannte PBR. Als dieses eingeführt wurde bei Star Citizen, das ist das Physically Based Rendering, ging es darum, auch hier die Hornet wieder passend zu überarbeiten. PBR qualifiziert sich dadurch, dass man Materialien hat im Spiel, Texturen, die auf das Licht und die Umgebung reagieren, das heißt, die sich tatsächlich physisch korrekt anfühlen, das heißt, Metall sieht aus wie Metall, Beton sieht aus wie Beton und hier wurde natürlich auch wieder darauf geachtet, dass man die Hornet umsetzen kann. Das heißt, es war eine kleinere Überarbeitung hier, weil es vor allem darum ging, vorhandene Texturen so für das PBR zu ersetzen, dass sie eben darin auch funktionieren, aber nichtsdestotrotz wurde auch hier wieder eine Überarbeitung durchgeführt. Es war eine lange Zeit, dass diese Hornet dann nach dieser Überarbeitung so blieb. Das heißt, es hat eine ganze Weile gedauert, bis sie dann wieder überarbeitet wurde und das passierte jetzt für den aktuellen Patch 2.6.1. Nicht nur wurde damit nämlich die Hornet überarbeitet, sondern dort kamen jetzt auch die F7A ins Spiel und die in der MK2-Version. Die F7A ist die Next Generation Hornet, könnte man sagen, das aktuelle, neuste Modell von Anvil in Bezug auf die Hornet. Sie ist exklusiv für das Militär gedacht und wird vor allem ihre Nutzung in Squadron 42 finden. Dabei stellte sich aber auch heraus, dass die ganzen anderen Hornet-Versionen, die es noch gibt, auch als MK2-Version herauskommen werden. Das heißt, sowohl die F7C als auch die Ghost, die Tracker und so weiter werden als MK2 später im Spiel verfügbar sein. Momentan ist auch der Plan, dass die Backer sich dann auswählen können, welche sie von beiden haben möchten, wobei die MK1 dann einen gewissen Seltenheitswert haben wird. Technisch und in ihrer Ausstattung werden sie sich kaum unterscheiden. Nachdem aber jetzt die MK2 ausgearbeitet wurde und die F7A fertig war, ging es nochmal an die Anpassung der MK1-Versionen. Und hier ging es tatsächlich um einen kompletten Rebuild. Das heißt, hier wurde nicht nur irgendwo an den Texturen geschraubt, sondern hier wurde das Modell von Grund auf nochmal neu angefasst. Es wurde von Grund auf neu aufgebaut und tatsächlich nicht nur in Bezug auf die visuellen Effekte, sondern auch in Bezug auf den kompletten Rebuild für das Item-System 2.0 aufgesetzt. Das heißt, hier ging es auf der einen Seite bei den Hornet-Varianten relativ einfach zu, denn Flügel, Cockpit und Hardpoints zum Beispiel sind relativ überschneidend bei allen Modellen. Bei der Super Hornet nicht so sehr, da ist es tatsächlich ein extra Modell. Hier geht es vor allem darum, dass es ein Zweisitzer ist und dass es relativ spezifische Bauteile hat. Bei den anderen Modellen ging es relativ einfach von der Hand. Und hier wurde also tatsächlich das Schiff schon auf die nächstkommenden Versionen von Star Citizen vorbereitet. Und das bezieht sich auch auf das Schadensmodell. Denn hier ging es tatsächlich darum, dass die Hornet angepasst werden musste auf das neue Flugmodell. Aber vor allem auch auf das neue Komponentensystem und wie sich der Schaden entsprechend auf Komponente und Bauteile dieses Schiffs auswirkt. Das ursprüngliche Schadensmodell war recht einfach gestrickt. Es gab im Endeffekt vier verschiedene Arten, wie Schaden merkbar war. 25% Schaden, 50% Schaden, 75% Schaden und 100% Schaden. Jederweise, wenn eine Schadensstufe erreicht wurde, wurde das Modell einfach ausgewechselt. Das heißt, im Spiel tauchte quasi ein beschädigteres Modell des Schiffes auf und irgendwann hat es dann einfach bumm gemacht. Diese Technik war ziemlich arbeitsaufwendig, weil eben gerade in den Explosionen alles von Hand gesetzt wurde. Dann war es außerdem so, dass es sehr ressourcenintensiv war und schließlich war es ihnen auch zu einheitlich. Das heißt, der Schaden hat immer gleich ausgesehen. Es gab keine große Diversität und es hat vor allem keinen Unterschied gemacht, wo man das Schiff jeweils getroffen hat. Jetzt ist es so, dass wenn man die Hornet mit einer Hand vergleicht, dass man quasi jeden Finger einzeln abschießen kann. Also das bedeutet, dass nicht nur der gesamte Finger wegfliegt, sondern je nachdem, wo man trifft, können auch nur Teile dieser Finger, wenn man so will, also dieser Bauteile abgeschossen werden. Und dafür wurde ein komplett neues System eingebracht. Das bedeutet, wir finden jetzt hier bei der Hornet auch ein System vor, wo man wirklich sehr genau ermessen kann, je nachdem, wo man das Schiff trifft, welcher Schaden auch wirklich seine Auswirkung findet. Das bedeutet, man sieht jetzt auch zum Beispiel, dass unterhalb der Oberflächentextur sich eine Skelettstruktur befindet, die dann wiederum dem Spieler wirklich einen Einblick gibt in die Bauteile, die er gerade mit seinem Schuss beschädigt hat. Dabei haben die Schäden, die man verursacht, auch eigene Effekte. Das heißt, wir sehen bei der Hornet direkt zum Beispiel diese Glow-Effekte, die ein Schuss hat, wenn er auf die Hornet auftrifft. Wir sehen die Einschusslöcher und darunter, wie schon zuvor erwähnt, diese Skelettstruktur, die einem dann wirklich den Eindruck davon gibt, wie das Schiff intern auch unterhalb der Oberflächenpanserung aufgebaut ist. Weiter ist es so, dass diese Effekte, die wir dort sehen, sind sozusagen in kleinen Sprengladungen angebaut. Das ist zumindest der beste Vergleich, den man dafür in der Engine finden kann. Das heißt, hier haben wir kleine, an bestimmten Schlüsselpunkten angebaute Sprengladungen, die, wenn sie vom Schadenssystem getriggert werden, erstens in kleine Explosionen verursachen, zweitens auch einen ziemlichen Zufallsfaktor verursachen. Das heißt, die Trümmerteile fliegen damit durch die Gegend in einem immer wieder neuen Muster und auf diese Art und Weise wirkt dieses Schadensmodell natürlich sehr viel realistischer und passt viel mehr in die Qualitätsvorstellungen, die man für das Spiel hat. Die Überarbeitung der Hornet, die jetzt vor allem einen visuellen Effekt hat, hat sich also jetzt schon über viele Jahre hingezogen. Vom ersten Modell im Jahr 2012 über die weiteren Modelle im Hangar zum Beispiel im Jahr 2013, über die ersten flugfertigen Modelle, die man dann im Jahr 2014 sehen konnte, hat sich jetzt eine lange Reise entwickelt, die auch immer noch nicht am Ende ist. Die Hornet wird sicherlich immer weiter überarbeitet werden und schließlich wird man eben auch zum Design der MK2 Hornet kommen, wenn sie dann irgendwann fertig ist. Ich hoffe, euch hat dieser Überblick hier in dem Voice-Over gefallen. Ich fand es eine sehr, sehr spannende Entwicklung dieses Schiffes und würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dranbleibt, unseren Channel hier abonniert und uns viele schöne Kommentare zu der Episode schickt. In diesem Sinne, viel Spaß beim Fliegen eurer Hornets und wir hören uns bald. See you on the Flight Deck. Sawyer out. See you on the Flight Deck. See you on the Flight Deck. See you on the Flight Deck.